Für mich war immer klar, dass ich mit Kindern arbeiten möchte. Bildung beeinflusst unser ganzes Leben und Bildung fängt einfach schon in der Kita an. Zusammen mit den Kindern kann ich mich auch selbst kreativ entfalten. Ich gestalte den Kita-Alltag mit und für die Kinder. Unser Ziel ist es dabei, die Kinder in ihrer Neugierde zu unterstützen. Ich sehe das Kind als Gestalter seiner eigenen Entwicklung. Ich finde es total schön zu sehen, wie die Kinder immer selbstbewusster und mutiger werden und sich neuen Herausforderungen stellen. Ich mache seit zwei Jahren eine duale Ausbildung bei der Stadt Wuppertal und kann so Theorie und Praxis im Alltag super verbinden. Ich fühle mich im Team aufgenommen und sehr wohl. Ich möchte hier gar nicht mehr weg. Also ich habe damals die klassische Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ich bin total glücklich, dass ich direkt im Anschluss übernommen wurde und sofort als Gruppenleitung arbeiten konnte. Durch meine Ausbildung konnte ich die Vielfältigkeit meines Berufes kennenlernen. Mein größtes Ziel ist es später, selbst eine Gruppe zu leiten. Hauptsache ich kann den Kindern zeigen, wie wichtig und wertvoll sie sind. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Ich muss echt sagen, ich habe meinen Traumberuf gefunden. Ich bin Kira Fenger. Und ich bin Tim Fischer. Ich habe meine Ausbildung zur Erzieherin bei der Stadt Wuppertal gemacht. Und ich bin noch dabei. Ich bin Kira Fenger. Und ich habe meine Ausbildung bei der Stadt Wuppertal gemacht. Super.